Alles gut, mein Freund. Servus. Ich bin der Weihnachtsmann. Wollt ihr was aus meinem Säckchen holen? Ja, klar. Du bist der Erste. Darfst du hier was rausholen? Ernsthaft? Das ist ein Fuffi, krass. Willst du auch was aus dem Säckchen holen? Okay. Und jetzt habe ich leider nur noch ein Säckchen. Ich teile ihn. Genau, es sind sogar drei drin. Was, drei? Es sind drei drin. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Bitte. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin heute unterwegs und ich will erneut eine Freude machen. Danke, ey. Danke, ey. Dankeschön. Ich hoffe, du und dein Hund können es aufrauchen. Ja. Kommt dabei ins Sparbuch, ne? Kommt ins Sparbuch, genau. Ja, voll geil, wenn ihr jetzt heute am Freitag nicht noch irgendwo hinsitzen müsst und so. Es kommt kein Flaume um die Ecke. Nee, es kommt nicht kein Flaume um die Ecke. Aber das ist die nächste Klauze, oder? Schön wär's eigentlich. Die will es schön warm geben. Der Wohlstandsaufwand. Der Wohlstandsaufwand.